Es gibt hier wirklich die verrücktesten Weine, das verrückteste Weinmarketing und die horrendesten Preise. Das extremste, was ich in der Hand hatte, ist von Penfolds die Ampulle. Das Fläschchen kommt in einer handgeblasenen Riesenflasche und ist in einem Möbelstück verpackt. Wenn du die Flasche aufmachen willst, kommt ein Mitarbeiter vom Weingut zu deinem Ort und öffnet die Flasche in einer kleinen Zeremonie. Und das Ganze gibt es für läppische 120.000 Pfund. Viel Spaß! Like me on Facebook, subscribe to my channel. yani you